Es geht um das Verschwinden von Sean Ritchie. Seit 2014 wird das Halloween-Fest in Schottland von einem Mysterium überschattet. Denn ein junger Mann, der wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint, macht Schlagzeilen. Und das ist ein Rätsel, das bis heute viele Fragen aufwirft. Wurde Sean Ritchie Opfer eines Mordes oder doch eines Unfalls? Waren Drogen im Spiel oder eine psychische Erkrankung? Oder etwas ganz anderes, viel Unheimlicheres? Als Seans Mutter Carrie Ann ihren Sohn am Abend des 31. Oktober 2014 in den weißen Wellen seiner Freunde steigen sieht, ahnt sie nicht, dass es das letzte Mal sein wird, dass sie ihren Jungen sehen wird. Sie kommt gerade vom Einkaufen und ruft Sean von der Straße aus zu, aber der 20-Jährige scheint es ehrlich zu haben und entgegnet seiner Mutter nur, dass es spät wird. Sein Handy vergisst er in der Eile auch zu Hause. Dann fährt der Van mit Sean und sieben weiteren Freunden los. Und die jungen Männer aus der schottischen Kleinstadt Fraserburgh wollen an diesem Freitagabend Halloween feiern. Ihr Ziel ist ein abgelegener, verlassener Bauernhof in der Greenburn Area in der Nähe des Dorfes Stricken, das ca. 13 km von Fraserburgh entfernt liegt. Die Farm ist umgeben von Wäldern, Feldern, Moor und sumfigen Gebiet und die Gegend ist verlassen. Weit und breit gibt es keine Häuser und nur eine holprige Straße führt zu der verlassenen Farm. Und dort wollen die acht jungen Männer den Abend und die Nacht verbringen, trinken, feiern. Ob Sean von diesem Vorhaben gewusst hat, als er zu seinen Freunden in den Van stieg, ist ungewiss, denn es ist ein kalter, verregneter Oktoberabend, die Temperaturen fallen bereits nachts unter 0 Grad und dafür, dass sie Männer vorgehabt hatten, den Abend in der Kälte zu verbringen, ist Sean ungewöhnlich dünn angezogen. Er trägt an diesem Halloween-Abend ein weißes T-Shirt, darüber eine dünne, graue Sweatjacke mit Kapuze und Turnschuhen und eine Überwachungskamera nimmt Sean an diesem Abend auf, wie er nach seiner Abfahrt mit seinen Freunden in einem Lebensmittelladen in Fraserburgh ist. Zuletzt wird Sean an der Autobahn nahe der Farm gesehen, wie er mit seinen Freunden vom Van in Richtung des Bauernhofes läuft. Danach verliert sich seine Spur für immer. In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November erreicht die örtliche Polizei dann einen Notruf. Ein junger Mann ist am anderen Ende der Leitung, der Hilfe benötigt. Was genau vorgefallen ist, sagt er am Telefon nicht. Der Anruf wird abgesetzt aus der Greenburn Area, dem Gebiet, in dem Sean und seine Freunde feiern. Einige Minuten später geht er erneut ein Notruf ein. Es ist derselbe Mann, der schon einmal angerufen hatte. Nun bräuchte er jedoch keine Hilfe mehr und die Polizei muss seinen Notruf nicht anfahren. Als Sean am Samstag nicht nach Hause zurückkehrt, beginnen sich seine Mutter und seine Schwester Nicole sofort Sorgen zu machen. Wenn Sean feiern geht, kommt er immer am nächsten Tag zurück. Außerdem hätte er an diesem Tag arbeiten müssen. Sie warten verzweifelt den gesamten Tag, aber weder seine Freunde melden sich bei seiner Familie, noch kommt Sean nach Hause und, der der 20-Jährige vor seiner Abfahrt sein Handy zu Hause gelassen hat, kann seine Mutter ihn auch nicht erreichen. Am Sonntag, den 2. November 2014, ist Sean immer noch nicht zurückgekehrt. Seine Mutter, Carrie Ann, versucht deshalb bei seinen Freunden nachzufragen, was los ist. Haben die jungen Männer vielleicht noch weiter gefeiert? Oder sind sie alle bei einem seiner Freunde? Konnte Sean nur nicht Bescheid geben, weil er sein Handy vergessen hat? Als ihr schließlich dann einer seiner Freunde antwortet, sind Carrie Ann und Nicole fassungslos. Erst auf mehrmaligen Nachfragen schreibt einer von Shones Freunden seiner Mutter eine SMS. Sean ist seit dem Halloween-Abend verschwunden. Keiner von ihnen hat bisher die Polizei verständigt, keiner von ihnen hat den 20-Jährigen gesucht und keiner von ihnen hat es scheinbar für nötig gehalten, seiner Familie Bescheid zu sagen. Angeblich hätte sich die Gruppe auf der Farm getrennt, Beide Gruppen dachten, dass Sean bei jeweils der anderen ist. Wo Sean ist, wissen sie nicht. Sie sind noch in der Nacht auf den 1. November nach Hause zurückgekehrt. Alle bis auf Sean. Seine Mutter meldet ihren Sohn sofort bei der Polizei als vermisst und Shones Vater Charlie, der zu dieser Zeit in Saudi-Arabien arbeitet, fliegt sofort zurück nach Großbritannien und er erahnt sofort, dass die Lage ernst ist. Ihm ist die gesamte Situation von Anfang an suspekt, als er hört, mit welchen Freunden sein Sohn die verhängnisvolle Nacht verbracht hat. In einem Interview sagte er über das rätselhafte Verschwinden Folgendes. Ich werde nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen oder Leute verdächtigen, aber es waren an diesem Abend Männer dabei, die nicht die aufrichtigsten Mitglieder der Gesellschaft sind. Direkt nach der vermissten Meldung beginnt die Polizei eine groß angelegte Suche. 200 Einsatzkräfte und 27 Spürhunde durchkämmen das abgelegene Gebiet, in dem Sean Ritchie das letzte Mal gesehen wurde. Es ist bis heute die größte Sucheaktion der schottischen Polizei. Überall werden Plakate aufgehängt, die den verscheuenen 20-Jährigen zeigen, Charlie richtet eine Facebook-Seite ein, um nach Hinweisen zu suchen, Hubschreiber kreisen über dem Gebiet und die Polizei ist Tag und Nacht auf den Beinen. Aber die Suche in der Greenburn Area ist durch das Terrain und das Wetter erschwert. Die Landschaft ist uneben, dicht bewachsen, überall sind Seen, Sümpfe und Moore und während der Suche bricht sogar noch ein erfahrener Polizist sich das Bein. Für einen jungen Mann, der möglicherweise unter Alkohol oder Drogen stand, ist die Landschaft eine tödliche Falle. Hinzu kommt das Wetter, es regnet und in den Nächten ist es eiskalt und durch den vielen Regen steigen die Sümpfe an. Und nicht nur die Polizei hat es schwer, das Gebiet zu durchsuchen. Sollte Sean irgendwo verletzt liegen, droht die Gefahr, dass er ertrinkt. Sollte er tot sein, könnte seine Leiche vom Wasser bedeckt sein. Hinzu kommen die Nächte, in denen Minusgrade herrschen, in denen der 20-Jährige, wenn er noch leben sollte, erfrieren könnte. Jeder Tag, der vergeht, ist für Shons Familie eine Qual. Sie wissen, dass die Überlebenschance immer weiter sinkt. Und schon die Zeit zwischen Shons verschwinden und der Meldung, die bei der Polizei dann gemeldet wurde, vergangen war, ist viel zu lang. Sollte er sich wirklich verlaufen haben, wie seine Freunde meinen, hätte er dir zwei Tage in der Kälte mit dünner Kleidung nicht überlebt. Seine Familie kann nicht verstehen, wie die Freunde ihn einfach zurückgelassen haben konnten, ohne seine Eltern oder die Polizei zu informieren. Und wieso haben sie nicht selbst nach ihm gesucht? War der Ausflug eine Falle? War es gar nicht geplant, dass die jungen Männer Halloween feiern? Hatte einer seiner Freunde ein Problem mit dem 20-Jährigen und wollten sie ihn dort aussetzen als Rache? Gab es vor Ort vielleicht eine Auseinandersetzung? Wurde Shons getötet und seine Freunde verscharrten seine Leiche im Moor? Oder rannte der 20-Jährige wirklich davon? Aber wenn ja, was war passiert, was ihn veranlasste, allein wegzulaufen? Hatten die Freunde Drogen genommen, was sie der Polizei verschweigen wollten und deshalb sein Verschwinden nicht gemeldet? Oder hatte Sean vor etwas panischer Angst? Aber wenn ja, wovor? Am 6. November macht die Polizei dann einen besorgniserregenden Fund. Shons graue Sweatjacke, seine Schuhe und sein Gürtel liegen in einem Sumpf, aber von dem 20-Jährigen fehlt weiterhin jede Spur. Und für seine Familie bricht damit eine Welt zusammen, denn sie wissen, dass er barfuß und nur im Shirt bekleidet nicht überleben kann. Von Anfang an sind sie sich sicher, dass etwas Schreckliches geschehen ist und seine Freunde mehr wissen. Aber die Polizei behandelt das Verschwinden weiterhin als Vermisstenfall. Es legt keinen Hinweis auf ein Verbrechen vor. Und auch nach dem Fund der Kleidung bleiben sie dabei, dass kein Verdachtsmoment für eine Entführung oder gar ein Mord vorliegt. Aber warum sollte Sean barfuß und ohne Jacke bei diesen Temperaturen losgehen? Auch der Fund des Gürtels ist merkwürdig. Wieso wurde nur der Gürtel gefunden, aber nicht seine Hose? Was hat es auch mit den seltsamen Anrufen in der Nacht von Sean's Verschwinden auf sich? Also kamen sie von seinen Freunden und was war geschehen? Und wieso riefen sie dann nochmals an, um zu sagen, dass doch kein Notruf vorliegt? Die Polizei ist wochenlang mit der Suche des verschwundenen 20-Jährigen beschäftigt. Tauch- und Marine-Teams durchsuchen die Moore. Eine Bergrettungscrew durchkämmt die angrenzenden Wälder. Und sogar forensische Boden- und Geowissenschaftler werden von der Polizei eingesetzt. Aber bis auf Tierknochen können sie keinen Hinweis auf Sean Ritchie finden. Der junge Mann scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Ganz alleine kann er jedoch nicht aus der Greenburn-Area geflohen sein, denn die Autobahn ist viele Kilometer weit entfernt. Jemand musste ihm mit dem Auto mitgenommen haben. Egal ob tot oder lebendig. Seit der Verhängnis von Halloween-Nacht ist für Sean's Familie eine Welt zusammengebrochen. Jeden Tag hofft seine Mutter, Carol Ann, dass Sean doch wieder vor der Tür steht. Einige Monate später muss die Familie dann aus ihrem Haus ausziehen, denn, ja, das Haus, in dem die Kinder aufgewachsen sind, das können sie nun nicht mehr ertragen. Jeden Tag laufen sie an Sean's leeren Zimmer vorbei. Und seine Familie durchsucht sogar selbst die abgelegene Farm. Auch sie für nichts. Seine Schwester Nicole sagt dazu in einem Interview, Als ich hinausging und mich umsah, gab es so viele Felder, so viel sumpfiges Gelände, so viel Wasser, so viel Bäume. Ich dachte nur, wie könnte jemand tagelang ohne Essen und Wasser da draußen überleben? Im Frühjahr 2015 feiert Seans Familie dann mit vielen Verwandten und Freunden seinen 21. Geburtstag. Ohne Sean. Seine Eltern und seine Schwester haben gehofft, dass, wenn er vielleicht freiwillig untergetaucht wäre, an diesem Tag ein Lebenszeichen gegeben hätte. Allerdings passiert nichts. Bis heute kauft seine Mutter ihm Geschenke, in der Hoffnung, dass er eines Tages doch wieder zurückkommt. Sieben Monate nach seinem Verschwinden, als der Winter vorüber ist, beginnt die Polizei abermals eine groß angelegte Suchung. Sie haben die Hoffnung, dass sich unter dem abgetauten Schnee ein Hinweis zu Sean verbirgt, aber abermals finden sie nichts. Seans Vater Charlie hat selbst eine Belohnung von mehreren tausend Pfund ausgelobt für die Hinweise auf den Verbleib seines Sohnes. Und in der britischen Presse richtet er sich mit einem Appell an die Bevölkerung und explizit an seine Freunde, denn er ist sich sicher, dass sie etwas wissen, was sie verschweigen. Er sagt, Sean war in dieser Nacht mit einer Gruppe von Leuten zusammen. Alle außer ihm sind nach Hause gekommen. Was passiert ist, weiß ich nicht, aber Schuldgefühle interessieren mich nicht. Ich bin nicht daran interessiert, jemanden zu verdächtigen. Ich will nur, dass er gefunden wird. Erzählen Sie mir einfach, was passiert ist. Teilen Sie diese Information mir mit, wenn Sie nicht zur Polizei gehen möchten, wenn es das ist, worum es hier geht. Und auch Shons Mutter ist sich sicher, dass seine Freunde mehr wissen und dass ein Verbrechen geschehen ist. In einem Interview sagt sie, dass ihr Instinkt ihr sagt, dass ihr Sohn nicht mehr lebt. Aber wer sollte für Shons Tod verantwortlich sein? Und vor allem, wo ist seine Leiche? Diese Frage stellt Carrie Ann auch seinen Freunden. Und da die Polizei keine Beweise gegen seine Freunde hat, gelten sie bis heute nur als Zeugen. Trotzdem kontaktiert sie die jungen Männer immer wieder, um endlich Antworten zu bekommen. Und das geht sogar so weit, dass gegen Shons Mutter 2016 Anklage wegen Behinderung der Polizeiarbeit erhoben wird. Bis heute gibt es keinen Hinweis auf Sean Ritchie und sein mysteriöses Verschwinden. Offiziell gilt sein Fall immer noch als Vermisstenfall und nicht als Gewaltverbrechen oder Mord, was vor allem seine Familie nicht nachvollziehen kann. Unabhängige Experten sind sich allerdings sicher, dass der Fall intern als Mord behandelt wird. Die Suchmaßnahmen, die die Polizei eingeleitet hat, waren zu umfangreich für nur einen Vermisstenfall. Grund dafür könnte sein, dass mögliche Täter oder Mitwisser im Glauben gelassen werden, dass gegen sie nicht ermittelt wird. Aber für Shons Familie ist das nur ein kleiner Trost. Bis heute haben sie nämlich keine Antworten auf die vielen Fragen, was mit ihrem Sohn passiert ist. Ist Sean vielleicht wirklich freiwillig untergetaucht? Oder hat er sich verlaufen? Einige Menschen sind sogar überzeugt, dass etwas Übernatürliches hinter dem Verschwinden des jungen Mannes steckt. War es ein Mord? War es ein Unfall, der vertuscht werden sollte? Warum sprechen seine Freunde nicht darüber, was in der Halloween-Nacht passiert ist? Und wenn er tot ist? Wer hat seine Leiche versteckt? Und wo ist sie? gilt es zu Ende. Und in der Serie... Nie gut.